Aber nochmal nachgefragt, das Geld muss ja irgendwann wieder reinkommen. Also wenn wir kein Corona mehr haben, heißt es dann am Ende, wir müssen dann die Steuern anheben. Ihre Partei setzt sich ja auch in Teilen für die Vermögensteuer ein. Muss man mit Steuererhöhungen rechnen? Das ist vielleicht auch schon so ein Hinblick auf die kommende Bundestagswahl möglicherweise ein Thema. Oder wie stehen Sie dazu? Also bezogen auf die Altschulden nicht. Ich bin der Meinung, die Altschulden in einer Größenordnung von etwa anderthalb bis zwei Billionen, also das ist so 60, 70 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die können immer da bleiben. Weil das ist klug, dann haben wir eine sichere Anlageklasse, die Leute können ihr Spargeld da reingeben, bekommen es zurück, sodass der Staat über seine Staatsanleihen eine generationenübergreifende Drehscheibe für Anlagekapital hat. Und das Schöne ist ja, wenn der Staat Schulden hat, wird ja nicht nur die Schuld vererbt, sondern auch der Vermögenswert, der dem entgegensteht. Denn jemand hat ja diese Staatsanleihe und vererbt die auch. Also nicht nur die Schulden, auch die Vermögenswerte werden vererbt. Also die Schulden können wir, solange wir die Zinsen tragen können, sollten wir immer diese Schulden haben, weil das ist einfach für die Generationenvertrag eine sehr gute Sache. Es gibt aber bezogen auf Ihre Frage eine Besonderheit. Wir haben ja mit der Schuldenbremse jetzt die Auflage, einen Teil der Schulden, nämlich die Corona-bedingten Neuschulden, in 20 Jahren abzutragen. Das halte ich nicht für ganz klug. Ich hätte das auf 50 Jahre gemacht. Die Geschichte zeigt auch, dass das klüger wäre. Nordrhein-Westfälische CDU hat das ja auch vorgeschlagen, 50 Jahre. Aber wir mussten es jetzt auf 20 Jahre machen in der Großen Koalition. Und dafür muss man eine besondere Anstrengung haben. Und da ist die Idee vielleicht Vermögensabgabe nicht schlecht, weil wir haben eine Vermögensverteilung, die so ist, dass Einzelne sich da sehr stark beteiligen können. Soll ich Sie erschrecken mit einer Zahl? Ja. Wir hatten schon mal eine schwierige Phase in der Nachkriegszeit. Ja. Da haben wir eine Vermögensabgabe gehabt in einer Größenordnung von 50 Prozent auf 30 Jahre. Das war dann pro Jahr 1,6 Prozent ungefähr. War für die meisten Leute kein Problem. Wir wurden belohnt mit dem Wirtschaftswunder. Also wir sehen, eine kleine Vermögensabgabe ist gar kein Problem. Und die soll dann 50 Prozent bezahlen? Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, die Idee wäre nicht schlecht. 50 Prozent auf 30 Jahre, das wären dann irgendwie zwischen 1 und 2 Prozent. Das könnte jeder tragen. Das ist aber die Idee für die Schulden, die jetzt in einer bestimmten Zeit abgetragen werden müssen. Aber meine Meinung ist ja, der Rest, der darüber hinausgeht, sagen wir die Altschulden, die wir jetzt haben, da bin ich der Meinung, das ist eine gute Drehscheibe, sodass wir bei der Gemeinschaft Schulden haben. Die Gemeinschaft hat bei den einzelnen Schulden und tauscht das immer so aus. Und dann kann man die Staatsanleihen jeweils austauschen zwischen den Generationen. Das ist eine gute Drehscheibe.